Tolkien in 5 Minuten Dieses Mal unbeschwerte Kinderjahre Nach dem Tod von Tolkiens Vater Arthur im Jahr 1896 blieb seine Mutter Mabel mit den beiden Söhnen Ronald und Hillary in England. Da ihre Familie aus Birmingham kam und sie sich dort aufhielt, als sie die Nachricht von Arthurs Tod erreichte, blieb Mabel mit den Jungen noch einige Zeit in der Stadt. Dann jedoch zog die kleine Familie nach Serhole, einem ländlichen Vorort in der Nähe von Birmingham, der heute Teil der Stadt ist. Dort verbrachte Tolkien einige glückliche und prägende Jahre. Die idyllische Natur und die Freude über das einfache Leben finden sich in seinem bekanntesten Werk, dem Herrn der Ringe, in Form des Auenlandes wieder. Die Tolkiens lebten in der Nähe einer Mühle, der Serhole Mill, wo Ronald und Hillary gerne spielten. Oft genug wurden sie von dem Sohn des Müllers vertrieben, den sie den Weißen Oger nannten. Die Serhole Mill gilt als Vorbild für Sandigmanns Mühle in Hobbingen. In den 1960er Jahren gab es einen öffentlichen Aufruf, die Mühle in Serhole zu erhalten und Museumszwecken zuzuführen. Auch Tolkien hat mit Spenden dazu beigetragen. Heute kann die Serhole Mill besichtigt werden und es gibt eine Ausstellung, die sich mit Tolkiens Zeit in der Region beschäftigt. Doch zurück in die Vergangenheit. In Serhole unterrichtete Mabel die Jungen zunächst selbst und legte großen Wert auf Sprache und Literatur. So lernte Tolkien schon früh Latein und Französisch, aber auch Klavierspielen, Botanik und Zeichnen. Seine wahre Leidenschaft galt schon früh der Sprache. Das merkte auch Mabel und förderte es. Im Klavierspiel hingegen tat sich Ronald schwer. Die junge Familie lebte in unmittelbarer Nähe zu Moseleyburg, das heute ein Naturschutzgebiet ist. Die alten, moosbewachsenen Bäume erinnern stark an Tolkiens Beschreibungen des alten Waldes. Als Kind spielte er dort sehr gerne. Die Zeit, die er in Serhole verbrachte, schätzte Tolkien sehr und erinnerte sich auch später gerne daran zurück. Es war eine Art verlorenes Paradies. Es gab eine alte Mühle, in der zwei Müller Mais malten, einen großen Teich, in dem Schwäne schwammen, eine Sandgrube, ein wunderbares kleines Tal mit Blumen, ein paar altmodische Dorfhäuser und, weiter weg, einen Bach mit einer weiteren Mühle. Ich wusste immer, dass es vergehen würde. Und das tat es auch. So Tolkien in einem Interview von 1966. In der Zeit um 1900 konvertierte Mabel zum katholischen Glauben. Den gab sie auch an ihre Söhne weiter. Warum sie diesen Schritt ging, ist nicht überliefert. Ihre baptistische Familie, die Saffields, war entsetzt und stellte ihre finanzielle Unterstützung ein. Ebenso wie die Teukins, die Familie ihres verstorbenen Mannes. Mabel, die von Arthur nicht viel geerbt hatte und ohnehin mit wenig auskommen musste, war nun mittellos. Doch sie blieb dabei und auch Tolkien begleitete der katholische Glaube sein Leben lang. Ende Juni des Jahres 1900 bestand Tolkien im zweiten Anlauf die Aufnahmeprüfung der King Edward School in Birmingham, eine der besten Schulen der Stadt, die er auch schon sein Vater besucht hatte. Die Schule war von Serhole etwa vier Meilen entfernt und die ersten Wochen nach seiner Einschulung im November legte Tolkien den Großteil des Weges zu Fuß zurück, da sich Mabel den Zug nicht leisten konnte und die Tram nicht bis ins Dorf fuhr. Für die Mutter war klar, dass es so nicht weitergehen konnte und so zog sie mit den Jungen näher an die Stadt. Für Tolkien war es schrecklich, aus der ländlichen Idylle in die industrielle Stadt zu kommen und er verwandt den Verlust nur schwerlich. Die Rastlosigkeit und das trostlose Erscheinungsbild der lärmenden Stadt gegenüber des behaglichen Landlebens spiegeln sich ebenfalls im Herrn der Ringe wieder. In einer Abneigung gegen jegliche Form der Industrialisierung und des maschinellen Fortschritts. Doch ein anderer, noch viel gravierender Verlust, beendete seine relativ unbeschwerte Kindheit vier Jahre später. Bei Mabel wurde Diabetes diagnostiziert, das damals, 1903, noch als unheilbar galt. Pater Francis Morgan, ein Geistlicher, der Mabel beistand, unterstützte die Familie in dieser Zeit sehr. Nach einigem gesundheitlichen Auf und Ab schien es Mabel im Sommer des darauffolgenden Jahres wieder etwas besser zu gehen. Nachdem Ronald und Hillary die meiste Zeit bei Verwandten untergebracht waren, konnten sie im Sommer mit Mabel ein kleines Cottage beziehen. Dieses lag im ländlichen Rednall, wo sie, wie zuvor in Sarehal, sehr glücklich waren. Doch im Herbst verschlechterte sich Mabels Zustand. Im November kollabierte sie und fiel in ein diabetisches Koma. Am 14. November 1904 starb Mabel Tolkien im Alter von gerade einmal 34 Jahren. Ronald war zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt und Hillary zehn. Nun waren sie weisen. Annika berichtete dieses Mal über die unbeschwerten Kinderjahre. Redaktion Annika Röttinger Thema der nächsten Folge Drei Irrtümer zu Tolkien Tolkien in fünf Minuten Eine Produktion des Tolcast, dem Podcast der Deutschen Tolking-Gesellschaft. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen auf YouTube und überall, wo es Podcast gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017